Okay, dann stelle ich mich ganz kurz vor, wer bin ich? Akademisch habe ich irgendwie Maschinenbau und Informatik studiert und einen Doktor in Ingenieurwissenschaften, wobei das halt überhaupt nichts mit Akkus zu tun hat, da bin ich eher so bei Optimierungsverfahren und irgendwelchen Turbomaschinen unterwegs, also es ist eher so mathematisch KI so die Richtung, die ich mache. Ich bin selbst jetzt elf Jahre Wissenschaftler beim DLR, hier natürlich nicht in DLR-Tätigkeit unterwegs, wie gesagt, Optimierung, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, so High Performance Computing und auch Fluid Dynamics sind halt so eigentlich mein Fachgebiet. Ja, der YouTube-Kanal wurde ja schon erwähnt, also ich habe einen YouTube-Kanal seit 2019, der unfassbarerweise jetzt 63.000 Abonnenten hat und 4,5 Millionen Views, das hätte ich mir 2019 nicht mal annähernd irgendwie ausmalen können, dass sowas passiert. Da geht es hauptsächlich um so DIY-Geschichten mit Photovoltaik, Wärmepumpen auch, also ich habe mein Haus mit Klimaanlagen hier beheizt und sowas, also ich zeige halt immer so ein paar ungewöhnliche, aber sehr günstige Lösungen, die vielleicht der ein oder andere auch selber hinbekommen kann. Ich habe eine eigene PV-Anlage, die komplett, also vollständig selber gebaut ist, mit 9,9 kW im Moment und 22 Kilowattstunden Akku, also relativ groß. Das Ganze habe ich tatsächlich selber angemeldet und ich bekomme jetzt auch EEG-Vergütung. Die habe ich jetzt seit einigen Tagen, ist die durchgekommen. Das hat auch nur 1,5 Jahre gedauert. Das war sehr entspannt. Also das Aufbauen der Anlage war wesentlich einfacher als die Bürokratie, diese Anlage anzumelden. Das war halt schon krass. Und der Kanal beschäftigt sich ansonsten hauptsächlich mit auch so unterschiedlichen Wissenschaftsthemen und zum Großteil halt Klimaschutz und wie man sich da irgendwie selber ein bisschen behelfen kann. Wir haben noch ein Forum, das habe ich irgendwann aufgemacht. So ein bisschen User helfen sich gegenseitig. Spirit ist halt, jeder darf jede Frage stellen, nichts ist zu dumm und das funktioniert bisher auch sehr, sehr gut. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Genau, jetzt die erste Frage natürlich, warum brauche ich überhaupt Speicher? So aus Verbrauchersicht mache ich das Ganze jetzt mal. Also das ist eigentlich total einfach. Ich habe halt irgendwie meine PV-Panels, die liefern mir Strom. Der wird dann in Wechselstrom umgewandelt und den kann ich jetzt entweder in meinem Haus benutzen, also für mich selber, oder ich kann das halt dann ins Netz einspeisen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Das Ding ist halt, wenn ich den selber verwende, also für mich selber quasi für meinen Eigenverbrauch, dann spare ich im Moment, also so ist der aktuelle Strompreis im Durchschnitt, 36 Cent. Und wenn ich den halt einspeise, dann bekomme ich aktuell 7 Cent dafür pro Kilowattstunde. Das heißt, da gibt es eine ziemlich große Diskrepanz. Wenn ich jetzt keinen Speicher verwende, dann kann man sich vorstellen, dann geht halt relativ viel ins Netz und relativ wenig Eigenverbrauch. Wenn ich jetzt hier so einen Akku verwende, den habe ich jetzt mal hier oben irgendwie eingezeichnet, dann steigt der Eigenverbrauch halt stark an und das, was ich rausspeise, das geht halt runter. Das, wie gesagt, ist bei sinnvoller Größe des Akkus relativ wirtschaftlich und stabilisiert tatsächlich auch das Netz. Also auch das ist ein Grund, warum man sowas machen sollte. Jetzt natürlich direkt die Frage, wann lohnt sich das Ganze? Das ist das, was ich eigentlich so ziemlich am meisten gefragt werde und kann ich auch verstehen. Ich zeige das einfach mal hier, einfach mal so ein Plot von mir, der vor vier Tagen tatsächlich entstanden ist. Wir haben jetzt irgendwie einen sonnigen Tag gehabt und ihr könnt jetzt hier sehen, in grün ist irgendwie die PV-Kurve. Also so viel ist reingekommen quasi, so viel hat die PV über den Tag geliefert. Also es ist eine ganze Menge, hier sind schon 5 kW, teilweise so 5,5 fast. Und das Gelbe, was ihr hier seht, das ist praktisch der Teil von der PV-Leistung, die in den Akku geflossen ist, die wir nicht selber verbraucht haben. Also man sieht halt, das ist wahnsinnig viel. Also der Großteil geht einfach in den Akku während des ganzen Tages. Und dann sieht man halt, dass am Abend, wenn die PV runtergeht, wenn da nichts mehr kommt, dann halt das Ganze in unser Haus reingespeist wird. Also dann verbrauche ich selber halt das, was ich im Akku gespeichert habe. Und hier kann man halt relativ schön sehen, wie viel das eigentlich ist. Das ist halt nicht ein bisschen, sondern das ist der Großteil tatsächlich. Und deswegen macht es das Ganze so wahnsinnig spannend. Ja, jetzt ist natürlich die Riesenfrage, wie viel ist sinnvoll? Also wann amortisiert sich das irgendwie wirtschaftlich? Und ja, klimamäßig geht das meistens relativ schnell. Und da ist es tatsächlich so, dass da oft auch viele Installateursbetriebe mit so komischen Faustformeln immer ankommen. Und da muss ich jetzt oft auch sagen, einfach, das ist nicht geeignet. Also die sind meistens zu primitiv. Weil wenn man sich mal vorstellt, wovon das alles abhängt, wann sich so ein Akku amortisiert, das ist ja erstens mal der Preis des Akkus. Also je teurer, desto schlechter natürlich. Die Größe des Akkus, also da gibt es irgendwie ein Optimum. Welches Größe ist für mich jetzt so optimal? Das hängt von, wie gesagt, auch den ganzen anderen Faktoren, die hier stehen, hat ebenfalls wieder ab. Den Verbrauch, den ich habe, also auch wie der über den Tag verteilt ist, hat einen Einfluss. Die Einnahmen, also den PV-Ertrag, den ich pro Tag halt haben kann, der ist natürlich auch von der Lage abhängig. Dann geht der Strompreis damit rein und auch die Vergütung, die ich bekomme. Also man sieht halt, das ist wahnsinnig kompliziert und all diese Faktoren fließen ein. Und damit kann ich mir eigentlich erst realistischen Amortisationen berechnen. Das heißt, die meisten dieser Faustformeln, die man so kriegt, sind totaler Kappes. Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe das jetzt versucht, mal selber für mich auszurechnen. Habe jetzt hier mal als Beispiel meine eigene Anlage genommen. Ich erkläre die Grafik da rechts gleich noch genau. Ihr könnt den Vortrag auch gleich alle gerne haben. Ist kein Problem. Ist alles frei und frei verfügbar natürlich. Wie ich das gemacht habe, nutze ich so ein Tool. Das nennt sich PV-GIS. Das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Das ist nämlich von der EU tatsächlich eine freie Webseite. Damit kann ich Solaranlagen oder den Ertrag simulieren, abhängig von meinem Standort, vom Winkel der Solaranlage. Also von verschiedensten Faktoren. Und das ist nicht schlecht. Und die haben tatsächlich auch schon so ein Standard-Lastprofil drin. Das heißt, die wissen dann, mittags wird dann irgendwie mehr verbraucht und abends nicht. Also so wie der durchschnittliche Haushalt so tickt quasi. Das ist da mit drin. Ich kann sogar ein eigenes Verbrauchsprofil eingeben, wenn ich das möchte. Und das habe natürlich. Das Ganze, wie ich das mache oder wie ich auf diese Kurven komme, das bringe ich bald auch noch mal als Video-Tutorial. Im Moment gibt es es leider noch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall bald noch mal machen. Jetzt schauen wir uns diese drei Kurven da mal an. Hier unten auf der Achse, da ist halt quasi die Speichergröße aufgetragen. Also 0 würde heißen, ich habe keinen. Das ist dann eine reine Einspeiseanlage. Oder eine reine, also ohne Akku dann. Und dann halt hier größer, größer, größer. Und ich bin bei 22 Kilowattstunden, also irgendwie ganz weit hinten. Das ist jetzt ein untypisch großer Akku. Ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Und dann sieht man halt, dass ich bei einem Verbrauch, diese drei Kurven sind jetzt unterschiedlich viel Verbrauch am Tag. Also das eine wäre ein 15 Kilowattstunden Verbrauch, also Stromverbrauch, den ich habe pro Tag. Die rote wären so 20 und die im gelben halt 25 Kilowattstunden. Und da wir mit Strom heizen, haben wir dann halt so 25, also einen recht hohen Verbrauch. Aber wie gesagt, dafür erziehe man halt kein Öl mehr oder sowas. Da sieht man halt, wie diese Kurve aussieht. Das ist halt relativ interessant. Wenn ich keinen Akku habe zum Beispiel, für unseren Fall, dann liege ich so bei 1.100 Euro, die ich im Jahr sparen würde. Also ohne Akku einfach nur. Das würde schon relativ viel bringen. Und wenn ich jetzt meinen 22 Kilowattstunden Akku dazu packe, dann bin ich halt irgendwie hier oben und dann spare ich auf einmal 1.872. Also ich habe da mal so 770 Euro mehr gespart durch den Akku. Einfach nur durch diesen steigenden Eigenverbrauch. Klar, dann hängt es natürlich mega davon ab, wie viel hat dieser Akku gekostet. Und ich habe den halt selber gebaut. Das heißt, der hat mich tatsächlich nur 3.000 Euro gekostet. Und das ist verdammt wenig für so ein Riesenteil. Das heißt, in meinem Fall hat der sich nach 4 Jahren tatsächlich schon selbst amortisiert. Also das ist schon ziemlich cool. Ja, hier nochmal, wir sind irgendwie nähe Köln. Ich habe jetzt hier so ein Standardlastprofil genommen. 20% Reserve in den Akku eingerechnet. Also man entlädt den nicht zu 100%, sondern lässt immer so einen Ticken übrig. Und meine PV-Panels sind alle flach. Also es ist eigentlich tatsächlich sogar für den Winter sehr schlecht, wie ich das hier eingestellt habe. Aber es ist einfach nicht anders möglich bei mir. So, jetzt habe ich hier nochmal so ein anderes Beispiel reingebracht. Wie sieht das so kommerziell aus? Also wie gesagt, ich habe jetzt den Akku selber gebaut. Ich zeige gleich auch nochmal, wie ich das gemacht habe oder wie das so aussieht. Wenn ich mir jetzt so einen kommerziellen Akku kaufe, zum Beispiel von BYD, das ist so eine recht bekannte Firma, die irgendwie auch 22 Kilowattstunden Akkus anbietet. Da kostet das Ding halt nicht 3.000 Euro, sondern 14.000. Und der liefert, also der macht auch nichts anderes und ist auch nicht irgendwie besser oder so. Es sind wahrscheinlich sogar dieselben Zellen verbaut im Innenleben. Das amortisiert sich dann halt nach 18 Jahren. Also da würde ich dann tatsächlich sagen, eigentlich gar nicht, weil der vermutlich so lange nicht leben wird. Dann gibt es noch andere Firmen, zum Beispiel Pylontech nennt die sich. Die machen auch recht günstige Akkus. Wenn man da mal so die kleinste Version nimmt von 2,4 Kilowattstunden, dann kostet das so 1.000 Euro und dann geht es auf einmal. Dann liegen wir irgendwie hier und dann lohnt sich das auf einmal schon. Dann sparen wir immerhin mal 200 Euro mehr damit und dann sind wir nach fünf Jahren schon durch. Dann hat es sich amortisiert. Also das ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Und hier kann man so ein bisschen sehen, wie groß dieser Unterschied einfach ist. Wenn ich mir den halt selber baue und wenig dafür bezahle, dann kann ich auch wirklich große Akkus nehmen und das ist überhaupt kein Problem und habe damit einen riesen Lastausgleich. Oder ich muss halt, wenn ich das dann kommerziell machen möchte, dann auf einen kleineren zurückgreifen. Dann geht es aber auch. Selbst dann würde es sich rechnen. Muss man im Einzelfall aber immer sehen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall bald auch im YouTube Folgen bringen, wo man sich das so selber ein bisschen zurechtrechnen kann oder versuchen kann, das abzuschätzen. So, jetzt ist die Riesenfrage, welche Möglichkeiten habe ich denn? Also wie gesagt, ich bin jetzt eher so der DIY-Mensch. Das heißt, auf diese kommerziellen Sachen würde ich jetzt nicht so eingehen. Und die allererste Möglichkeit ist eigentlich gar kein Speicher. Also das heißt, so eine kleine Anlage, zum Beispiel eine Balkonsolaranlage. Ich bin persönlich eigentlich ein recht großer Fan davon, weil die sind sehr günstig und unkompliziert und das können die meisten eigentlich tatsächlich selber ganz gut hinkriegen. Man hat dann irgendwie kleine Balkonmodule, man nimmt keine Batterie, hat dann so einen ganz einfachen Wechselrichter. Den steckt man im Prinzip tatsächlich einfach in die Steckdose rein und das war es dann halt auch schon. Also man kann dann noch spezielle Steckdosen verwenden, falls die irgendwie gewisse Anforderungen an die Wasserdichtigkeit haben oder so. Aber das ist tatsächlich sogar ohne Elektriker nötig, wenn man zumindest gewisse Grundkenntnisse hat. Also das ist natürlich vorausgesetzt. Das Anmeldeverfahren ist hier relativ einfach im Vergleich zu einer größeren EEG-Anlage, so wie ich die habe. Es dürfte wesentlich schneller durch sein und ist unkomplizierter. Die Kosten sind in der Regel sehr niedrig. Das Einsparpotenzial ist aber natürlich total begrenzt, da ich nur 600 Watt benutzen darf und ich den eingespeisten Strom nicht vergütet bekomme. Ich kriege nur das, was ich halt wirklich spare, sozusagen. Aber für Wohnungen ist das durchaus eine vernünftige Sache. Und jetzt zeige ich nochmal so ein bisschen, wann lohnt sich sowas oder wann kann sich sowas lohnen. Zum Beispiel ist ja die Frage, es hat jetzt nicht jeder einen Südbalkon, sondern die meisten, was weiß ich, können ja auch Osten, Norden oder sonst was sein. Ich habe jetzt hier mal so drei Fälle durchgerechnet, damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Pendels, so 90 Grad, das heißt, ich würde die einfach dann senkrecht an dem Balkon aufhängen, Richtung Osten, dann würde ich zum Beispiel mit so einer 600 Watt Anlage so 261 Kilowattstunden im Jahr einnehmen, also Standort Köln ungefähr. Bei 90 Grad Süd sind es dann schon 350 Kilowattstunden und das Optimum liegt dann so bei 30 Grad Süd, dann sind es dann fast 500 Kilowattstunden. Also da sieht man halt, das macht dann schon viel aus. 600 Watt, also typischerweise ist es so, dass der Wechselrichter 600 Watt haben darf. Die Panels dürfen bei vielen Netzbetreibern aber mehr sein. Also man kann halt so ein, man kann auch mehr Panels an Wechselrichter dran machen. Viele können das, also die meisten sogar. Da sind in der Regel immer so 20 Prozent Reserve eingeplant. Und dann kann ich zum Beispiel meinen Winterbedarf besser decken. Also es ist teilweise durchaus möglich, ein KW an Panels dran zu machen. Der Wechselrichter speist dann aber maximal 600 Watt ein. Also solche Dinge sind möglich, muss man aber mit dem Netzbetreiber dann absprechen. Da sind die leider, das ist dann unterschiedlich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Ja, hier habe ich jetzt mal aufgetragen, wie die Neigung und die Ausrichtung den Eigenverbrauchsanteil beeinflusst. Und das ist halt total interessant. Also hier sehen wir die Grafik. Hier unten ist aufgetragen, wie viel Kilowattstunden am Tag verbrauche ich. Also das ist mein Stromverbrauch. Und hier auf der anderen Achse sehen wir jetzt halt, wie hoch dann der Verbrauch ist, also der Eigenverbrauchsanteil. Wie viel Prozent von dem, was ich da erzeuge, verbrauche ich selber. Und ich meine, es ist klar, je mehr ich insgesamt verbrauche, desto mehr verbrauche ich halt auch dann natürlich, also kann ich durch die Solaranlage nutzen. Aber wir sehen halt auch, dass hier auf einmal die 90 Grad Ost-Anlage viel besser ist als die 30 Grad Süd. Der Grund ist, dass ich bei der 30 Grad Süd-Anlage im Sommer besonders viel oder im Sommer besonders viel abgreife, im Winter dafür was weniger. Also dieses Profil Winter-Sommer ist nicht so günstig. Bei 90 Grad Süd jetzt beispielsweise sieht das oder Ost sieht das besser aus. Der Ost ist jetzt vielleicht ungünstig, aber Süd zum Beispiel ist da relativ gut. Also da habe ich im Winter dann etwas mehr und im Sommer dann etwas weniger geschiftet. Im Sommer ist immer mehr, aber das kann man dann so ein bisschen ausgleichen dadurch. Das ist das Nette. So, jetzt halt die Frage, wie viel macht das jetzt am Ende wirklich aus? Also in Euros auch. In Amortisationszeit habe ich das jetzt hier mal aufgetragen. Leider bringt das da dann am Ende auch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe jetzt hier mal aufgetragen bei 700 Euro angenommenen Kosten. Also das sind so die typischen Kosten, wo ich mir denken würde, damit müsste man mit einer 600 Watt Anlage hinkommen. Also das geht. Auch mit Halterung und sowas. Und wir sehen jetzt hier, dass es tatsächlich einfach der Fall ist, dass am Ende leider trotzdem die 30 Grad Süd-Anlage halt einfach sich am schnellsten amortisiert, weil ich dann einfach insgesamt den größten Ertrag habe. Trotzdem sieht man halt auch, dass sowas wie 90 Grad Süd jetzt auch kein Drama ist. Also wenn ich halt zum Beispiel schon einen Verbrauch von 6 Kilowattstunden am Tag habe, was jetzt glaube ich die meisten dann schon irgendwie hinbekommen. Also ich denke, viele werden auch ein bisschen drüber liegen, je nach Wohnungsgröße und Personenanzahl. Dann ist das so nach 7, 8 Jahren tatsächlich schon durch. Also da auch, dass sich das tatsächlich auch relativ fix rechnet. Also relativ, aber es ist halt irgendwie ein Zeitraum, wo ich sagen würde, der ist irgendwie realistisch. Das finde ich eigentlich schon ganz nett. Bei 90 Grad Ost sieht man, ist das ein bisschen schlechter. Da müsste mein Eigenverbrauch dann schon relativ hoch sein, damit sich das lohnt. Genau. So und jetzt die erste Möglichkeit, das ist so die Hardcore-Möglichkeit. Das war auch das allererste, was ich tatsächlich gemacht habe. Das ist Second Life Akkus. Das bedeutet, ich nehme gebrauchte Zellen. Und zwar irgendwie gebrauchte Lithiumzellen aus alten Notebook-Akkus, aus E-Bike-Akkus oder sogar aus E-Auto-Akkus. Wo kriegt man sowas her? Zum Beispiel im Gebrauchtmarkt, also Ebay oder ein Akkuhändler oder Akkuservice gibt es auch teilweise. Da kann man sowas bekommen, relativ günstig. Und der typische Preis für so eine Zelle ist dann so 25 Cent, so ungefähr. Und für eine gebrauchte, nicht tiefenentladene Zelle, das ist so das Übliche, was ich bisher so kenne. Das ist mit Abstand die absolut günstigste Variante, sich einen Akku zu bauen. Also billiger geht es nicht. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich extrem günstig. Wenn man gewisse Zellen noch verkauft und so weiter, dann kommt man mit ein bisschen Glück sogar bei fast Null raus. Also das ist schon krass. Es ist aber auch die aufwendigste Variante, denn man muss mehrere tausend Zellen von Hand ernten. Also die wirklich entnehmen. Ich zeige gleich mal, wie das aussieht und testen. Und das ist halt schon, also das dauert Monate. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist vom Aufwand her extrem. Hier ist mal ein so ein Pack, wie wir es gebaut haben. Also das ist jetzt tatsächlich nicht von mir, sondern von einem Kollegen. Hier sind 100 solche parallele Zellen. Also das ist ein so ein Pack, wie ich es habe. Das ist dann, so müsste ich es benutzen. Und ich müsste von diesen Packs 14 Stück bauen. Also es sind dann 1400 Zellen, die ich halt insgesamt brauche. Man muss halt immer überlegen, viele muss ich ja auch entsorgen dann oder kann ich nicht nutzen. Ja, hier sehen wir so ein Pack. Hier oben ist der Plus-Anschluss. Hier ist der Minus-Anschluss. Und jetzt sehen wir hier diese ganzen kleinen Zellen. Und ich wollte hier nur mal zeigen, wie viel Detail da auch drin ist und wie viel Arbeit das ist. Jetzt fängt man hier an, jede einzelne Zelle mit so einem 0,2 Millimeter Draht an so einen dickeren Kupferdraht anzulöten. Und jeder dieser kleinen Drähte ist praktisch eine Sicherung. Also ich habe jede Zelle hier einzeln abgesichert. Also dass da irgendwie kein zu hoher Strom durchfließen kann. Das ist dann bei Plus und Minus. Bei Minus müsste man es jetzt nicht zwangsweise machen. Also eine Seite würde reichen, aber hier der Kollege war sehr vorsichtig. Warum machen wir das? Oder warum ist das überhaupt interessant, wenn wir zum Beispiel so einen typischen E-Bike-Akku nehmen? Ja, ich habe jetzt hier mal einen so einen Pack gezeigt aus so einem E-Bike-Akku. Da sind meistens so 60 Zellen irgendwie drin und es ist wirklich kein Witz. Davon sind meistens ein bis zwei defekt. Mehr nicht. Und alle anderen haben oft eine extrem hohe Restkapazität noch, sind fast neuwertig. Also ich habe jetzt hier wirklich diese Zellen, die ich hier zeige, die hatten alle noch eine Restkapazität größer 95 Prozent. Also wirklich fast alle aus diesem Pack und die schmeißt man sonst weg und schmilzt die halt ein. Das muss man sich klar machen. Das ist gruselig. Der Grund dafür ist ein technischer. Das Problem ist halt das interne Sicherheitssystem bei den Akkus. Das schaltet teilweise halt bei einer defekten Zelle von 60 den ganzen Akku halt ab. Und deswegen sind dann die 59 jetzt mal im Extrembeispiel, werden quasi nicht mehr verwendet. Die gehen dann meistens ins Recycling, was natürlich okay ist, aber es wäre halt viel sinnvoller, bevor man diese Zellen jetzt anfängt einzuschmelzen und nur einen kleinen Teil oder einen gewissen Teil der Ressourcen wieder rausziehen kann, wäre es jetzt sinnvoller, diese Zellen, die ja noch neuwertig sind, weiterzuverwenden. Und das ist halt der Grund gewesen, warum wir uns diesen Wahnsinn an Arbeit angetan haben. So, hier sehen wir mal so einen E-Bike-Akku, wie der halt aussieht. Und hier können wir halt auch sehen, wie heikel dieser Prozess eigentlich ist. Also wie man, also ich muss halt dann diese Nickel-Strips abreißen. Die sind halt sehr scharfkantig und unangenehm. Man kann hier schnell einen Kurzschluss verursachen. Ich kann auch so eine Zelle aufreißen, also ein Leck da reinmachen. Das ist jetzt schon kein, also das macht nicht so richtig viel Spaß. Das ist schon relativ anstrengend, das Ganze. Teilweise kann man die auch gar nicht mehr recyceln, weil halt die Zellen dann wirklich in diese Hüllen eingegossen sind. Also da kommt man dann praktisch gar nicht mehr ran, außer mit purer Gewalt. Aber das lohnt dann den Aufwand einfach nicht. Und da wäre es jetzt zum Beispiel auch cool, wenn die Hersteller natürlich ein bisschen mehr drauf eingehen würden. Aber das ist bisher leider noch nicht passiert. Naja, wie messe ich jetzt oder wie checke ich jetzt so eine Zelle, wenn ich die da rausnehme irgendwie? Man macht das tatsächlich, das ist relativ aufwendig. Also ich muss halt so eine Zelle dann erstmal aufladen und dann einen Monat tatsächlich liegen lassen und dann die Spannung dokumentieren. Das heißt, ich gucke halt, verliert die irgendwie Spannung oder nicht? Und das heißt irgendwie drei bis vier Prozent wären erlaubt, mehr nicht. Und weiterhin muss ich halt die Kapazität testen. Das mache ich dann, indem ich die auflade und entlade. Dafür gibt es dann auch Kapazitätstester, die das automatisiert machen. Das geht dann ganz gut. Beim Entladen messe ich dann die entnommene Energie. Beim Aufladen darf ich das nicht machen, weil die Zelle sich erwärmen kann. Dann würde ich halt auch die erzeugte Wärme mitmessen. Das ist ein Blödsinn. Der interne Widerstand ist noch etwas, was ich messen kann. Also praktisch einfach der Widerstand der Zelle sozusagen. Also die Impedanz, die ich da messe. Und das muss ich mit einem speziellen Widerstandsmesser machen. Und da kann man halt mit gewisser Erfahrung tatsächlich auch schon sehr, sehr schnell, also innerhalb von Sekunden Rückschlüsse auf die Zelle irgendwie schließen. Also da haben wir uns mittlerweile eine ganz gute Datenbank aufgebaut. Ja, wir haben das jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir damals, weil das halt so mühselig ist, dass ich mir mit ein paar Leuten aus unserer Community dann gesagt habe, okay, lass uns mal zusammentun. Und eine Software machen, die das ein bisschen einfacher gestaltet. Und dann haben wir tatsächlich sogar ein kleines Unternehmen hier gegründet, wo wir dann die Community-Daten bekommen. Haben eine Webseite irgendwie aufgemacht, wo man diese ganzen Daten dann praktisch abgreifen kann. Also hier ist auch die Webseite für jeden frei verfügbar. Man kann dann auf diese Zell-Datenbank zugreifen und auch Vorhersagen machen. Ich zeige gleich, wie die aussehen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also hier sieht man zum Beispiel, wie so diese, hier wähle ich irgendeine Zelle aus und dann kann ich sehen, wie viel Kapazität hat die laut Hersteller, wie viel haben wir gemessen, so im Schnitt, welche Zellchemie steckt da drin, wie gefährlich ist die und solche Sachen halt. Also so ein paar Daten, die wir irgendwie aus der Community dann einfach zur Verfügung haben. Das Coole ist, wir können sogar Vorhersagen machen. Also jemand kann jetzt halt mit so einem Widerstandsmesser den Widerstand der Zelle messen, den hier eingeben, sagen, das ist die und die Zelle und er bekommt dann tatsächlich eine relativ gute Schätzung für die restliche Kapazität. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und wir können dann sogar so im Lebenszyklus Vorhersagen machen. Also hier kann man sich dann auch anzeigen lassen, wie lange wird so eine Zelle dann noch vermutlich leben und sowas. Also in welchem Zustand ist die gerade, ist die jetzt eher so am Ende ihres Lebens oder am Anfang. Sowas können wir damit alles abschätzen und das ist, wie gesagt, für jeden frei verfügbar. Also für nicht kommerzielle Zwecke natürlich. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit und das ist, einen Akku aufzubauen. Und das ist das, was ich im Moment tatsächlich auch mache. Das ist Lithium-Eisenphosphat-Blöcke. Ich zeige euch gleich, wie die aussehen. Das ist ein sehr guter Kompromiss in meinen Augen, weil die sind sehr günstig. Der Aufwand, so ein Ding aufzubauen, bei ein bisschen Erfahrung liegt bei circa einem Tag Arbeit. Wie genau das geht, stelle ich tatsächlich jetzt in ein bis zwei Wochen auf meinem Kanal vor, da ich das jetzt gerade auch nochmal hinter mir habe. Also nochmal eine Erweiterung meines Akkus. Das Ganze hat ein paar Vorteile, weil diese Lithium-Eisenphosphat-Blöcke eine extrem sichere Zellchemie sind. Ich zeige gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Die sind praktisch nicht brennbar, also das ist wirklich ziemlich cool. Die sind wahnsinnig langlebig und im Tesla Model 3 zum Beispiel sind die im Moment auch verbaut. Also das ist halt auch was ganz Interessantes. Wo kriege ich sowas her? Also zum Beispiel bei Alibaba tatsächlich direkt in China. Wir haben jetzt hier auch so zwei Händler, mit denen wir jetzt in der Community gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist jetzt irgendwie einmal Yves, das ist der Hersteller direkt, den kann man da kontaktieren. Dann schicken die einem zu oder es gibt noch so einen anderen Laden, Shenzhen Basin heißt der. Da geht das auch ganz gut. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung oder wir haben auch keine Kooperation mit denen in irgendeiner Form. Es ist halt einfach, also unsere Community bestellt da halt fleißig. Deswegen gebe ich das immer gerne weiter, wenn das gut läuft. Wenn man das macht, muss man dort auf DDP bestehen. Also am besten die Leute per Chat anschreiben und dann halt sagen DDP. Das heißt nämlich, dass der Zoll und Versand dann vom Versender abgewickelt wird. Und das klappt auch ganz gut. Dann dauert es zwei Monate circa und dann sind die Dinger irgendwann vor der Haustür. Und das Tolle dabei ist halt, der Kostenpunkt ist ungefähr bei 125 bis 150 Euro die Kilowattstunde inklusive BMS. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit kommerziellen Akkus vergleiche, da liege ich halt bei circa 400 Euro die Kilowattstunde. Also für so einen Pylontech-Akku. Und das ist halt schon ein enormer Unterschied. Hier sieht, also hier kann man jetzt mal sehen, wie das bei mir tatsächlich aussieht. Also das ist jetzt gerade der Akku, wie er frisch verbaut wurde. Also hat es jetzt tatsächlich ein bisschen wieder was geändert. Aber wir sehen jetzt hier diese großen Blöcke, die das sind. Das sind 32 Stück. Und es sind immer zwei parallel geschaltet. Also die beiden hier immer so parallel über diese Kupferplatten. Hier auch nochmal parallel, hier parallel. Und diese Doppeldinger dann nochmal in Serie jeweils über diese dicken Kabel sozusagen. Das sind relativ wuchtige Kabel dann auch hier. Über die Parallelschaltung kann ich praktisch die Kapazität erhöhen. Also es ist dann hier einmal ein 200 Amperestunden und ein 230 Amperestunden Akku. Damit komme ich dann auf 430 Amperestunden. Und über die Serienschaltung kann ich die Spannung erhöhen. Also jeder dieser Zweierblöcke hat dann irgendwie so 3,2 Nominalspannung, also Volt. Und das addiert sich dann einfach über die Serienschaltungen. Was weiß ich, 3,2, 6,4, 9,6 und so weiter. So komme ich dann auf die Spannung, die ich dann benötige. Weiterhin brauche ich dann noch so ein BMS. Das sind diese ganzen wirren Kabel, die hier rumliegen. Also das sind die ganzen kleinen Käbelchen. Damit überwacht quasi das BMS, also das Battery Management System, die einzelnen Zweierblöcke. Und das checkt halt immer, sind die Spannungen in Ordnung. Oder ist irgendein Problem, was weiß ich, zu hoher Strom. Und auch die Temperaturen werden überprüft. Also ich habe jetzt momentan drei Temperatursensoren an verschiedenen Stellen am Werk. Und sobald irgendetwas nicht stimmt, schaltet dieses BMS praktisch den gesamten Akku aus. Also der wird komplett getrennt. Und dann ist man erstmal in der Regel safe. Weiterhin, was man noch machen muss, das sind diese zwei Holzplatten, die man sieht. Und hier diese, die sind dazu da, die Akkus miteinander zu verpressen. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Also wenn ich das nicht mache, das hier sind Herstellerangaben. Dann ist die Zyklenfestigkeit, also die Lebensdauer, also wie viel Zyklen, wie oft laden und entladen kann ich die. Liegt zum Beispiel, wenn ich die nicht verpresse, bei ungefähr 1800 Zyklen. Aber wenn ich die so verpresse wie hier, dann ist es fast doppelt so viel. Also das macht halt einfach, die Lebensdauer steigert das enorm. Das sind halt so Dinge, die man dann wissen muss. Also sowas zum Beispiel ist wichtig und das muss man dann halt auch wissen. Was noch wichtig ist, man sieht jetzt hier irgendwie so eine Isolierung, die ich hier außen eingebaut habe. Ich habe da jetzt Steinwolle genommen, also aus dem Grund, weil ich die noch hatte und weil die natürlich auch irgendwie feuerfest ist und sich da recht gut eignet. Und ich muss da auch in der Regel nicht mehr da dran, das Ding bleibt jetzt so wie es ist und dann habe ich meine Ruhe. Das hat den Grund, weil jetzt mein Akku zum Beispiel in einem Container steht. Also der ist gar nicht bei uns im Haus, sondern außen irgendwo. Und da wird es natürlich kalt. Und da der Akku selber Wärme produziert, muss ich dafür sorgen, dass er gut isoliert ist hier in irgendeiner Form. Und das habe ich jetzt hier so realisiert. Da muss ich mal gucken, ob das reicht, aber das kann ich ja durch meine Temperatursensoren gut kontrollieren. Und der Akku darf beim Laden zum Beispiel auf keinen Fall unter 0 Grad rutschen und auf keinen Fall über 60. Also 60 wäre natürlich schon sehr hoch für so einen Akku, sollte man nicht tun. Aber der Wohlfühlbereich liegt jetzt natürlich dann doch nochmal ein bisschen drunter und drüber. Also da müsste ich schon darauf achten, dass der dann nicht irgendwie groß drüber oder drunter kommt. Und das kann man halt der Isolierung ganz gut erreichen, aber auch mit der Temperaturüberwachung. Also damit kann man das im Notfall noch irgendwie regeln. Genau. Jetzt wollte ich nochmal ein bisschen auf die Sicherheit eingehen, weil ganz viele Leute immer wahnsinnig viel Angst vor so Lithium-Akkus haben. Und da gibt es wahnsinnig viele Fehlinformationen. Also es gibt gefährliche Lithium-Akkus, aber es gibt halt auch ungefährliche. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich ganz interessant. Also erstens mal, ich weiß nicht, ob man gerade mein Bild sehen kann, aber ich halte es mal hoch. Hier diese kleinen Zellen. Das hier ist ein Querschnitt davon, von so einer typischen Lithium-Zelle. Also so wie ich die eben aus den E-Auto- oder E-Bike-Akkus da recycelt habe. Und die Dinger sind verdammt ausgeklügelt. Also das wollte ich einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben hier mehrere Sicherheitssysteme in so einer Zelle und das ist schon spannend. Also einmal gibt es hier zum Beispiel so ein Current Interrupt Device, nennt sich das. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Sobald in der Zelle, also irgendwie so ein bisschen Gasdruck entsteht, aus irgendwelchen Gründen, weil die jetzt möglicherweise schon was zu stark belastet wurde oder weiß ich nicht, zu alt ist, wie auch immer. Also da fängt die an zu gasen, das ist ein schlechtes Zeichen. Dann passiert das folgende. Dann diese kleine Membran, die man hier sieht, die ploppt dann nach oben. Also dann machst du klack und dann ist der komplette Pluspol vollständig von der Zelle getrennt. Also die ist dann wirklich einfach ausgeschaltet, die Zelle, ob ich will oder nicht. Und das ist dann so ein Notfallsystem. Danach ist die Zelle auch hinüber. Und dann gibt es auch so ein PTC, nennt sich das. Das ist praktisch ein temperaturabhängiger Widerstand. Der hängt auch noch mal im Kopf der Zelle. Und das heißt, wenn die Zelle warm wird, hat die einen höheren Widerstand. Das ist auch gewollt und das heißt, die wird dann weniger belastet. Also die hat tatsächlich sogar so eine Art interne Lastregelung drin. Die ist natürlich super primitiv und so weiter, aber es funktioniert. Also das ist halt schon ganz cool gemacht. Und die Zellen haben sogar noch ein Überdruckventil vorne am Pluspol. Das ist natürlich so das allerletzte Notfallsystem. Das heißt, die Zelle ist dann kurz vor der Explosion. Der Vorteil ist halt aber, wenn ich hier dieses Überdruckventil habe, dann weiß ich zumindest, wenn jetzt Gas ausströmt, heißes Gas, dann kommt das vorne raus. Also das weiß ich und es kann halt kontrolliert entweichen. Das ist auch eine gute Sache. Ja, also bevor jetzt die Zelle dann völlig zerberstet, geht es dann halt einfach vorne raus. Darauf kann ich mich dann halt verlassen. Was viele Leute auch nicht wissen, es gibt halt unterschiedliche Zellchemien. Also es gibt nicht den einen Lithium-Akku, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche. Und die sind alle unterschiedlich sicher. Die haben alle unterschiedlich viel Energievolumen und alles Mögliche. Energiedichte, unterschiedliche Zyklenfestigkeit. Ich habe jetzt hier mal so ein paar typische aufgezeichnet und versuche, die so ein bisschen grob zu kategorisieren über die Farben. Auch das ist schwer zu sagen, weil selbst von, was weiß ich, solchen NMC-Akkus gibt es wahrscheinlich auch sechs verschiedene Typen nochmal, die sich hier auch nochmal unterscheiden würden. Also da gibt es einen unglaublich großen bunten Strauß an Lithium-Akkus. Diese beiden hier unten zeichnen sich dadurch aus, also Lithium-Eisenphosphat, das sind diese Blöcke, die ich eben gezeigt habe, und Lithium-Titanat, die zeichnen sich dadurch aus, dass die besonders sicher sind und besonders lange halten. Und das ist natürlich jetzt, und dieser Lithium-Eisenphosphat auch noch günstig ist. Das ist natürlich für Solaranlagen eine ganz spannende Sache. Und was ich jetzt mal zeigen wollte, da habe ich, also ich wollte einfach mal in einem Video zeigen, wie sicher die wirklich sind. Und da habe ich mir so einen Lithium-Titanat-Akku genommen und ich habe mir einen Bohrer genommen, habe das Ding vollgeladen und durchgebohrt. Also live, während der Kamera, könnt ihr euch auch gerne angucken. Und da wollte ich halt einfach zeigen, dass zum Beispiel Lithium-Titanat-Akkus sind praktisch die sichersten Akkus, die es überhaupt gibt. Ich kann die vollgeladen durchbohren und es passiert nichts, wirklich gar nichts. Und das Krasse war, nachdem wir da vier Löcher reingebohrt haben, also der Bohrer war komplett einmal rein, und konnten wir hier noch ein Draht dran halten. Und das Ding hat immer noch den Draht zum Glühen gebracht. Also das war schon wirklich ein Wahnsinnsversuch. Also einfach nur, dass man so sieht, wenn ich jetzt so einen Lithium-Kobalt-Oxid-Akku nehme, wenn ich da reinbohre, dann macht es bumm. Aber bei dem zum Beispiel nicht. Also einfach nur, dass man so weiß, das ist, ne, es ist oft in den Medien wird so dargestellt, E-Auto-Akkus und so. Also, dass man da einfach mal sieht, nicht jeder Lithium-Akku ist gefährlich. Das ist halt Quatsch. Ja, einige schon. Ich will das jetzt auch nicht runterreden, aber da muss man unterscheiden. Ja, Sicherheit, was gibt es noch? Also was muss ich denn extern eigentlich machen? Also ihr habt jetzt gesehen, in den Zellen ist schon einiges drin, um das irgendwie sicher zu machen. Aber extern muss ich natürlich auch noch mal ein paar Maßnahmen treffen. Das ist halt sehr wichtig. Das gilt in meinen Augen auch für kommerzielle Batteriesysteme. Tatsächlich erlebe ich immer, dass Leute, die sich dann irgendwie ein Batteriesystem kaufen oder einbauen lassen, halt einfach komplett auf alle externen Sicherheitsmaßnahmen scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Zum Beispiel ein geeigneter Feuerlöscher, den brauche ich, ne, weil Lithiumbrände kriege ich nicht einfach mit einem normalen Feuerlöscher aus. Da brauche ich einen Feuerlöscher Typ D, die sind leider auch sehr teuer für Metallbrände. Oder es gibt halt auch spezielle mit Gel. Also das funktionieren halt nicht mehr so, dass ich den Brand ersticke, sondern ich kühle das Ganze. Und das ist sehr wichtig. Also ich muss halt in dem Fall nicht ersticken, sondern kühlen, weil das ist die einzige Möglichkeit, so einen Brand überhaupt noch zu löschen. Wenn ich den kühle unterhalb der Temperatur, dass dann diese Kettenreaktion aufhört, dann kann ich ihn ausbekommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten bringt er leider alles mit, was er braucht, um zu brennen, die meisten. Bei dem Lithiumeisenphosphat ist es nicht so und bei dem Lithium-Titanat. Ansonsten gibt es auch so Glas-Hohlkugeln. Das sind so kleine Kügelchen irgendwie. Die kann ich auch noch verwenden. Die schmeiße ich dann im schlimmsten Fall einfach drauf. Die schmelzen dann und entziehen dem Ganzen auch wieder wahnsinnig schnell Wärme. Also einfach durch diese Schmelzentalpie, die ich da brauche. Klar kann man Steinwolle drum machen, zum Beispiel um die Pluspole von den nächsten Packs zu entkoppeln. Weil ich weiß ja, wenn Gas rauskommt, heißt es, kommt es aus dem Pluspol. Das heißt, ich könnte da zum Beispiel so eine Steinwollschicht dran machen und wüsste dann, okay, da hört es dann auf. Also Steinwolle kriegt das dann unterbrochen. Das hält so einen Brand locker aus. Also das ist kein Problem. Monitoring ist, würde ich sagen, mit das Wichtigste. Das heißt, diese Spannungs- und Temperaturüberwachung. Ich persönlich finde, dass man da auch hin und wieder mal drauf gucken sollte, was die meisten kommerziellen dann auch nicht machen. Wenn man irgendwelche Anomalien sofort sieht, also oftmals meldet sich so ein Akku schon ganz früh, bevor irgendwas kaputt geht. Also man sieht dann irgendwie, der spinnt in der Spannung rum, ist aber noch in dem Bereich, dass jetzt zum Beispiel so ein BMS irgendwie sagt, das geht noch in Ordnung. Du bist noch nicht an der Grenze, es lässt das noch weitermachen. Wenn ich jetzt aber als Mensch da drauf gucke, dann sehe ich, okay, der spinnt irgendwie, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann kann ich mir den dann mal abmachen und mal in Ruhe drauf gucken und dann finde ich Fehler. Mindestens einen Meter über dem Boden, wegen eventueller Überschwemmung. Also ein Akku unter Wasser ist natürlich eine Katastrophe. Funk, Hitze und Feuermelder ist klar. Also wenn da irgendwas brennt, muss ich es auch im ganzen Haus hören, deswegen Funk. Persönlich mache ich es immer so, dass ich alle drei bis sechs Monate die Balancer oder die ganze Elektronik einmal abkoppel und den dann nochmal stehen lasse. Und dann checke die Spannung, ob da alles in Ordnung ist, also ob der Spannung verliert, ob da irgendwas zu sehen ist. Und ich gucke mit der Wärmebildkamera auch nochmal drauf. Auch die Sachen würde ich persönlich jedem Akkuinhaber raten. Ich weiß, das klingt extrem, aber bei kommerziellen Systemen habe ich dieselben Probleme. Und da ist auch jetzt nicht irgendein Magic elektrisches System drin oder Überwachung, die das halt für dich übernimmt. Das tut sie nicht. Da sind in der Regel nur diese einfachen BMS-Systeme drin, die jetzt nicht jeden Fehler finden. Das siehst du als Mensch dann besser. Obwohl mir klar ist, dass das natürlich nicht jeder irgendwie leisten kann. Das muss man natürlich wissen, wie das geht. Ja, das war es jetzt erstmal soweit. Das war jetzt ein riesen Rundumschlag von allem, was ich da irgendwie halbwegs weiß. Ja, vielen Dank für das tolle Event. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass ihr das so macht. Deswegen habe ich das sehr gerne mitgemacht. Ich freue mich auch, dass ich das auf YouTube dann nochmal zeigen kann. Werde ich auch gerne machen. Ja, die Einnahmen, wenn es denn welche dann gibt oder nicht. Das ist mir eigentlich, wie gesagt, für mich ist das auch umsonst vollkommen okay. Wird ich bei uns entweder dem lokalen Kinderschutzbund oder ich habe tatsächlich leider Verwandte im Moment in Kiew. Vielleicht können die es auch gebrauchen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die irgendwas mit Geld anfangen können im Moment. Ich glaube leider nicht. Und ja, Vortragsinhalte können natürlich bei Namensnennungen super gerne verwendet werden. Gar kein Problem. Und ja, wenn Fragen sind oder so, schreibt. Forum gibt es auch. Fragt jetzt. Vortrag wird dann, wie gesagt, bald auf YouTube erscheinen.